Also, ich nominiere Michael Bohringer, Mirella, Aaron und BreakoutTV. Wir reisen zurück in das Jahr 2013, wo sich Leute kennenlernen und Beziehungen vorbeigehen. Leider auch meine, was einem gar nicht gut tut. Ein Flo de Liebeskummer einfach mal auf YouTube. Holte einen Kollegen dazu, den ich dafür brauchte, weil ich mich alleine gar nicht vor die Cam traut. War ein Downboy, der keine Kreativität hatte. Sogar der Name von dem Channel ist total kacke. Machte dann für alle Designs, weil das auf die Art meine Wichtigkeit beweist. Wollte mich hochporschen lassen, weil ich faul bin. Leider war das ein Plan, der niemals aufging. Steve Hang, Steve Hang, das ist mein Loose to Self. Steve Hang, Steve Hang, das Video kommt zu spät, weil ich immer zu viel bin. Steve Hang, Steve Hang, das ist mein Loose to Self. Ah, Steve Hang, Steve Hang. Echte Namen kennt er nicht, weil ich mich jetzt als Steve nehm. Wie man sieht, bin ich ein Schlitzauge. Trage nur Rot, weil ich ein Gesicht brauche. Wir Asiaten sehen doch alle gleich aus. Ich muss mich wichtig machen, weil mich sonst kein Schwein braucht. Hänge noch bei 16.000, denn ich bin so random. Mit so nem Shit krieg ich keine Abonnenten. Macke Lulu, Digga, ich bin for real. Treibe nur vor mich hin, denn ich hab kein Ziel. Auch die Skills fehlen mir. Ich habe keine Ahnung, fahr lieber nach Berlin. Zu den Typen mit Begabung. Amal und dazu ist der Boy. Und schreib mir entsprechend alles neu. Steve Hang, Steve Hang, das ist mein Loose to Self. Steve Hang, Steve Hang, das Video kommt zu spät, weil ich immer zu viel pen. Steve Hang, Steve Hang, das ist mein Loose to Self. Steve Hang, Steve Hang. Echte Namen kennt ihr nicht, weil ich mich jetzt als Steve nenne. For real. Aha. Yeah, yeah. So, das war mein Beitrag zum Loose to Self Challenge. Danke nochmal an die liebe Linien und an die Jungs von iNext, dass ihr mich da nominiert habt. Ich hoffe mal, ich hab's gut gemeistert. Und sorry nochmal, dass es so lange gedauert hat. Es lag daran, dass ich wirklich extra nach Berlin gefahren bin. zu den lieben Amal und der zu. Er hat sich die Zeit genommen, mit mir zusammenzusetzen und einfach einen Text auszuarbeiten, Recording und alles, was halt so zu diesem Lied beigetragen hat. Diejenigen und die Jungs von iNext haben auch ein Roose to Self gemacht, zu sagen, einfach mal abchecken, Daumen hoch. Ich kann nicht genug Danke an den lieben Amal und der zu sagen. Er ist der begabteste Producer, den ich jemals hier auf YouTube-Plattformen kenne. Und er ist wirklich hammer, hammer geil. So, jetzt ist es Zeit, dass ich jetzt paar nominiere. Und ja, wem nehm ich ihn da wohl? Komm, wir bitte. Einmal die lieben Gong Bao, John Yoke, Philippe von Lazy Flip, die lieben Vincent Lee, Kajo Falco, Just Ketchup Animation, Luki Time und die liebe Sarah Isabel. Es wär cool, wenn ihr da mitmacht, weil ich mir denke, ihr seid alle kreative Menschen und könnt was Geiles zaubern. Darum freue ich mich auf eure Roose to Self. Und in diesem Sinne sehen wir uns nächste Woche wieder in alte, frische Hautzreine und ciao. Wada!